Hallo, ja, ich Salko heiße. Salko. Auf dem Bild älter aussehen, ja, weißt du warum? Ich geboren in einem Dorf. Und da bei uns viel Schnee haben und ich geboren im Winter, da laufen viele Wölfe rum wie Hartz IV Empfänger hier in Deutschland. Und dann meine Papa sagen, okay, jetzt gefährlich anmelden gehen und ich warte Frühling. Wenn Frühling kommt, dann ich anmelde meinen Sohn. Aber Frühling gekommen, dann viel Arbeit. Einpflanzen, Rasenmäher, hin und her, meine Papa vergessen. Und drei Jahre später sagen, oh, scheiße, ich vergesse, meine Sohn anmelden. Dann anmelden mich, aber ja, ich bin drei Jahre jung, aber nur ein Dokument. Was machen in Bosnien? Ich Kapo arbeiten. Ja, ich Schafe haben und diese Schafe alles machen, was sie sagen. Ich war Kapo und noch einen Mitarbeiter haben, einen Hund, aber der zweite Kapo war. Führerschein haben, nee, Führerschein nichts haben, aber sehr gut fahren nicht. Ein Golf, zwei Diesel haben unten, immer wenn dunkel, mit diesem Golf im Wald zwei Meter Holz klauen und dieses Holz passt ganz gut rein in diese Golfzeit, dann verkaufen wie Königleben da unten. Warum nach Deutschland kommen? Ich gehört hier in Deutschland, Geld auf der Straße liegen, aber nichts gefunden. Wahrscheinlich jemand schon mitnehmen.